Wo bist du denn? Wo bist du denn? Wo bist du? Gib dir das mal, wenn ich hier fliege. Gib dir das mal, wenn ich hier fliege. Komm her, wo bist du? Wo bist du? Junge, guck dir! Boah, Alter. No homo! No homo! Mach auf! Dass der uns beide hält. Ich kann ihn nicht steuern, ne? Oh, Junge, wie Wasser aussieht. Heftig, Alter. Du, du crazy. Lande jetzt, Baby. Ich hab schon wieder gedrückt, Alter. Okay, okay, okay. Ich falle, als ich jung war. Ich will noch mehr. Ich falle, von was? Ich falle, von was? Ich falle, von was? Stimmt, ne? Hätte man mal durchfallen lassen sollen. Mal gucken, was dann passiert wäre. Ich falle, von was? Natürlich. Boah, er war klar. Wie soll ich das? So. Komm. No. Der Papa ist gerade auf dem Platz ausgebrochen, aber hier ist er verflucht. Aber es ist nicht zu viel Zeit. Mal gucken. Oh, ich schaff's nicht, Digga, wir klatschen gegen die Wand! Okay, doch nicht. Ja, ich hab' dich. Mal, da ist er bald. Don't fucking drop me! Just hold on to me, okay? I'm in it, don't drop me! I won't! Spiel mit deinem Mama, Schatzi. Okay? Oder mit dem Buddy. Guck mal, hätten wir da vor uns geprumpt, ja? Das war die letzte Mal, ich hörte zu deinen fucking Ideen. Geh es einfach. Du bist immer noch alive, oder? Ich hab' nur gesagt, ich habe fast sterben. Nein, du hast nicht. Let's get going. Nein! Nein, du hast nicht! Nein, Sven, ich bin fast gestorben, ne? Ich bin nur aus dem Flugzeug gesprungen, ohne Fallschirm. Wir haben immer voll die Magnetwaffen. Weil die haben am Rücken gelebt, halt. Das ist der WoW-Effekt. Es ist nicht, wie es leicht ist, etwas zu verkaufen, wie der schwarze Arlong. Ich weiß noch nicht, wie du das rauskriegst. Ich bin eigentlich gut, was ich mache. Ja, wir müssen erst mal klettern, bevor wir jetzt irgendwas anderes machen. Boah, ich muss irgendwie wieder nach unten sitzen, ne? Ich glaube, das ist eigentlich egal. Ich glaube, wer zuerst da hingeht. Wenn du jetzt zuerst an die Wand gegangen wärst, Nohomo, Schwanz im Gesicht, dann... Du, der gefickte Schwul. Oh, schade, ich muss nicht drücken, wenn ich dir jetzt mal so einen Halbzuhn hängen lassen. Guck mal, Andi, du kannst dir den Amazon-Link, kannst du dir einfach als Favoriten-Link als Favorite speichern. Und immer wenn du Amazon über deinen... Oh, dicker, Waffe! Oh. Oh. Yo, Alter, wie du die fliegigste, Alter! Wenn du Amazon öffnest, einfach über den Favoriten und dann kaufst du automatisch immer über meinen Link ein, Bruder. Boah. Gib pass auf, pass auf. Ja, was machen wir denn? Ich nehme die zwei hier vorne und nimmst den Typen, der so rumsteppt. Ja, warte. Bereit? Nein, 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 noch nicht. Der ist grad bei mir hinterm Stein. Warte, wenn der stehen bleibt, ich sag dir Bescheid. Jetzt. Na, warte. Eins, zwei, drei. Oh, ich hab verkackt. Digga, ich hab den Headshot gegeben, er überlebt einfach was los mit. Weil du nix kannst. Ich glaub, ich muss ne Waffe mit mir... Abrollen? Oh, Lul, man kann auch äh... Ich roll mich jetzt so... Fette Ninja-Action machen. Aber warum? Die sind rot, das heißt, die sind aufmerksam, oder? Die sind doch tot. Nein. Wo siehst du denn hier Gegner? Der letzte einer dieser Bastards. Hä, hier war noch einer? Zwei, da liegen sie doch, im Gebüsch hier. Bei mir ist er nicht. Da liegt einer und hier liegt einer. Da? Hier? Nein, ohne Scheiß, bei mir ist er nicht. Durch den WhatsApp Bild schicken. Hier ist bei mir nichts. Zeig mal. Ja, warte, ich mach jetzt Flutter. Ah, Fanny. Papa, Papa... Was Це constit Hell? Hopp! Hier hab' dir gegeben. awp ! Joam! Au! boli. Es liegt halt, Legit bei ihmbal. Und dir das sag' ja. Hier war bei mir nichts mehr. Geme. Aber jetzt sitzt du nicht auf der Kamera, auf der Kleinen. Was denn? Die ist doch nichts. Katsipapa muss äh, muss hier Menschen töten. Hohoho. Ripp, Alter. Die Griechen-Alp-Roll. Safe. Geh los, komm. Den Berg hochrollen. Ja, Mann. Oh, oh, oh. Boah, das ist mega dumm. Warum können die wieder links und rechts ein Bildschirm machen, dann erkennt man das irgendwie. Aber das ist die normale Ansicht, ne, oben, unten, eigentlich. Ja, aber, ja. Wenn du so viel spielen möchtest, dann. Oh. In dem Moment hat'n der abgeschossen, Alter. Sniper. Ich fick den, okay? Wo ist der? That way. Yeah, that way. Oh, shit, Alter, da rennt auf einmal los. Ja, also, wir sehen uns ja mal irgendwann, ne. So unterdrückung. Ja, den erwisch ich nicht. Ich hab versucht, auf ihn zu schießen. Deckungsfeier. Ich glaub, das funktioniert nicht. Ich geh lieber in Deckung. Ja, Deckung, ich bin zu groß anscheinend für die Deckung. Okay, warte, warte, ne. Boah, scheiß, die Wand haben, weil das klappt. Boah, das war close, Alter. Schieß auf mich. Hier ist mal die Treppe hochrollen. Oh, shit. 1-0. Ich wurde gehindert, Junge. Junge, was machst du? Schatzi, ey, ich habe eine Schießerei und ein kleines Mädchen, was ich mir beispielen will. Oh, fuck. Oh, Leute, kannst du den irgendwie ablenken? Ja, warte. Aber warte, hier. Lass mich, lass mich, ich hab, ich hab was, ich kann sprayen, nicht so wie du. Ich hab den richtig down halt. Ist mir scheißegal, was du kannst. Schieß auf, mach auf. Ich muss auch hier rauf anscheinend. Du musst aufmachen, um mir abzuschießen. Warum kann ich hier nicht erschießen? Oh, ich will das haben. Vor allem, er hat noch ein Bier. Oh, Junge, hier kommt ein Armeerangriff, Junge. Wie kann ich mich denn drehen? Ich will nicht zu der Seite gucken, ich will zu der anderen Seite. Aha. Oh, Junge. Oh, Junge, hier kommt ein Armeerangriff, Junge. Oh, die haben mich weggestrayed. Kann man noch zoomen? Ach, man kann noch zoomen, okay. Was soll ich jetzt machen? Ja, lauf weiter vor. Ich geb dir Deckung von hier oben. Achtung, unten, rechts, Tür. Boah, der hat wieder geflogen. Boah, nein, 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 nein. Ey, kannst du den im... Ja, okay, den ist dir wieder so ausgestellt. Guck mal noch was? Ja, das kriegst du mehr. Ich seh nichts mehr. Hier drüben kommen bestimmt noch welche. Hier, hier kommen welche. Wo, ich seh nichts. Ach, da. Boah, die Waffe ist mal mega kacke, Alter. Irgendwann ist einfach nur random, ob du triffst. Der eine, den kann ich nicht drauf schießen, der ist unter dem Dach. Ja, ja. Aber er läuft raus. Guck mal, ich mach den kaum damage. Okay. Machst du ihn? Ja. Boah, noch mehr. Brain, Junge. Boah, eh. Oh, oben ist einer oben, neben dir ist einer. Hab ihn. Den einen kannst du wieder nicht mehr. Okay, den hab ich. Boah, voll, Junge. Boom! War ich jetzt hier einfach hier hoch oder was? Ne Ahnung. Dahinten kommen wieder welche. Überall. Nein, über mir. Ich hab den. Mann, Mann. Boah, mach mal den da oben weg. Ja, okay. Weiter geht's. Weiter geht's. Warte mal. Warte mal. Oh. Weiß nicht. Weiß nicht. Das Ding ist bei mir. Seh ich aber die Leichen bei dir. Ja, jetzt sehe ich auch grad bei dir Leichen. Aber eben ja nicht. Come on, Leo. Help me lift the score. Boah. Also ich muss dir jetzt auch noch helfen oder was? Ja, ja. Moin. Hallo. Hallo. Hehehe. Er macht das so eine Rolle. Noch safe wieder welche, oder? Einfach springen, Junge. Oh, Leo. Oh, Leo. Oh, Leo. Was ging denn bei mir? Hast du was gesehen? Du bist auf einmal an die Dinge angekommen. Ja, ich bin so komisch geslidet, Alter. Da geht's glaube ich nicht lang. Sondern da lang. Ab wie die Üste. What of you, huh? Too bad I'm not on vacation. Wow. I didn't know Mexico was this beautiful. Mexico. Schöne Mexiko. Wenn wir auswandern nach Mexiko. Lass mal machen. Hey Leo. Bist du dabei? You are safe. Was machst du beruflich? Koks. Wait, wait. Nice, Alter. Die Streamer. Wie wir Koks wandern. Okay, wie machen wir das denn? Noch mehr. Ja, die Ersten. Du rechts, ich links. Äh, Unmuggiert. Ich one-shotte die nicht auf der Range. Als ob. Ich glaub nicht. Ja, du hast den auch nicht gewone-shottet, du Held. Ich habe ihn auch nicht getroffen. Jetzt geht er richtig ab, Alter. So eine Handgranate, ne? Das ist ja. Hatten wir nicht Mollis? Und das sind das denn wohl? Also geht es nicht. Das ist ja die gute Sprache, ne? Glück mal vor, ne? Da unten ist einer. Hänt der denn Küche? Wir haben eine Munition. Munition haben wir aber endlich, oder was? Unmuggiert aber mal. Da war auch noch einer, oder hast du den schon? Irgendeiner hab ich gerade gekillt. Ich weiß nicht, ob ich da war. Da oben. Oben. Oh fuck, links sind auch noch mega viele. Oh, Lul, Alter. Hä? Von wo? Digga, ich schieß ja die ganze Zeit drauf. Als ob ich nicht hinter der, hinter der Barriere war. Mann, du bist... Oh, ich muss hier von vorne anfangen. Wegen dir, weißt du? Der da unten. Eins, zwei, drei. Hahaha. Wie wir es beide verkackt haben, ne? Ich hab ihn gekillt. Nein, der ist doch da noch. Ich hab nicht auf den geschossen. Jo, er überlebt Headshots, Alter. Oh, Juni, der schießt in meinen ganzen Leben hier. Warum können wir nicht deren Waffen nehmen? Die sind, glaub ich, viel cooler. So ein AK oder so halt. Ich glaub ich muss mehr links bleiben. Du gehst ein bisschen mehr rechts und ich geh ein bisschen mehr links, weißt du? Ja. Ich seh den nicht von meiner Position aus. Mann, jetzt zeigt er den Chef Birna, Alter. Geht doch. Oh, hier kriegst die SEK vor, Alter. Oh, Leute, wie der geglitscht ist. Was ne Lüge, Alter. Juni, Alter, mit den letzten Schuss, Juni. Wie der eine eben geglitscht ist, voll die Lüge, ey. Ich hab Angst, ich will nicht weiter vorlaufen. Wir sehen, wie wir weiter hoch. Ja. Ja, ja, definitiv. Der hier kommt welche. Hab ich schon. Puh, alle. Das spielte ASG, mach's gut, du ein Ambo. Oh, da hinten Oh, wow, 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 wow Die Waffe, die trifft einfach null, alter Boah, riet'n bei seinem Bein, alter Ich will immer mit Lett, dass du da drüberspringen Da gehst du ein bisschen lang hier nicht? Hier kommen wir irgendwie mit der Karreger Ah Oh Denkt man, das hätte sich da so eine krasse Links-Probe eben vor reingemacht Nee, das wäre so zu k***, alter Das hat eigentlich funktioniert Das hat eigentlich funktioniert Boah, ja, endlich, alter Okay, oder was gibt's, nee Nee, aber überhaupt noch eine andere als diese Waffe, ey Nee, ich will mal eine cool Ne, mal die hier Warte, ich will mal, kann ich damit ausführen, oder locker? Oh, schrutteln wär eigentlich auch ganz cool Wenn wir jetzt da reingehen, warte mal Ja, nehm ich ruck, bitte Vor allem ist es halt eigentlich mega lustig Dass man, also wir konnten, du kannst jetzt dieselben aus, dieselben Waffen zur Auswahl Die du auch im Ding hast Ja, ja Okay, Pumpe scheint wohl echt hier gut zu sein Lass mich mal vorgehen Wir müssen zusammen wieder Boah, Junge, mein Gott Ja, bei Mitte der ist kein Waffen Oh, Lul, alter Ey, lass dich halt, ne Boah, komm, 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 jetzt mal klar Ja Ja, deswegen krieg ich hier weiter vor Und? Boah Ja, wer drüber Ich schießt kaputt Ah, Lul Ey, was das? Boah, bist du ne Monko, alter Ja, ich hab gesagt, der Ziel ist um die Ecke, hat er aber nicht gemacht, der Pisa Erdbebeln Wird er aus dem Bett gefallen, oder was? Ja Boah, Junge, wie die Breacher, alter Diese Rolle ist das Beste, mach So schwer Locker für Fliegerweiß Als ob die nicht die Tür aufgekriegt hätten, weil die Tür eh nach außen aufgeht und sie einfach drübergeklärt werden Oh shit, oh fuck, rechts und uns ist einer Ja, den hole ich mir, Junge Nein, den hole ich mir Weggepumpt, Alter Nein, Junge, bei mir beide, Alter, voll drauf Du, wie viel der aushält, Mann Wo sind die denn alle? Bei mir Boah, die Pumpe ist ja immer übel, geil Lul, Lul, siehst du, guck mal auf mein Bildschirm Was denn? Kriegt die Patronen bei dir auch grad da durch? Wo? Okay, jetzt rollst du, hier bei mir, hier Ne, seh ich nicht Okay, bei mir fliegt der gerade Patronen Ich lauf mal längs rum, ja, weil ich glaub, hier sind auch welche Hier sind drei Stück noch, ne? Ja, ja, aber hier oben auf dem Balkon Zum Beispiel Hier unten ist auch noch einer Wie viel aushält, hallo? Okay Ab ihn Du, was siehst du, die ganze Zeit so ne Rolle macht Wie halt er so ne Rolle macht, Junge Komm, wir breachen jetzt diese Kacke hier weg Bestimmt in Zeitlupe müssen wir jetzt alle wegschießen Achtung Das wär, äh, das wär richtig zu dir Nein Hallo, Motherfucker Auf jeden Fall Auf jeden Fall Ich lasse auch Auf jeden Fall Ab ins T Gas Auf jeden Fall Untertitelung des ZDF, 2020